Ich hab nur genau zwei Schuss und ein Magazin für meinen Sniper. Hast du so viel mit deinem Sniper rumgeschossen? Ja, die Zeit. Das ist eins, was bei mir alles ist, der Raketenwerfer. Der ist Orale. Ja. Ja, weil du immer rumrennst, mach ich ja nicht. Oder selten. Ja, wenn die Leute hinter mir herlaufen, ist mal doof. So, ich geb erstmal die Quest hier ab. Zweite Runde, du hast eine Strähne, was? Tausend Gelder sind übrigens, Runde 3 des Banditens für Stufe 24. Die könnten wir gerade noch schaffen. Hm. Na dann. Weg, 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 weg. Ich hatte faktisch hier schon wieder gefunden. Pistolen schaden, kämpfen in deinem Leben, mehr Zeit. Nö. 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 Genau. Farb echter Blutrot. Aha. Nö. Aha. Also ich kommentiere gerade die Schilde, die ich hier alle hab. Warte mal. Das hier ist ja an und für sich nicht schlecht. Ich tu das nehm ich. So. Ich hab jetzt 1.242 Schildenergie. Das ist ja an und für sich nicht schlecht eigentlich. Freude Geschäfte mit einem Kammerjäger zu machen. So. Mir fehlt irgendwie nach dir alle Waffen einkaufen, Knopf. Mhm. Mir auch. Also alle Munition. Also mein nächstes Schwarzmarkhändler-Dings geht auf jeden Fall darin, Raketenwaffen vorzukaufen. Makete und, na gut, Granaten hab ich ja so'n Klassen-Editor gedöhnt. Mhm. Da kann ich dann mehr Granaten aufnehmen. Ach so. Mhm. Also ich hab genau 8. Na ich hab nur 5. 3, 2, 1, ... Na ich hab das aber auch schon ein bisschen bitteren Ende gebaut. Oh na ich ja nicht. Kommen die den raus? Da hinten, verdammt. Ist der da drüben schon wieder ... oh man ey. Man kann diese dummen Bouncing Granaten keinen Meter weit werfen. Oh, mein Geschirr ist fast kaputt. Jetzt ist es kaputt. Jetzt ist es kaputt. Was, ist das die Einzelne da vorne? Okay, der hat so einen Scherz. Ach ja. Nein. Ich bin irgendwie zu doof, Leute, im Laufen zu treffen. Hm, nee, gut. Ich würde jetzt in den Super springen. Findet nicht statt. Manchmal wäre unbegreiflich. So, und die nächsten, rechts. Ach, fuck, sie sind schon da. Ne, halt, die machen wir anders. Wir kommen im Regen des Gemetzes. Das ist dann so mal ein Tod. Naja. Oder hätten wir welche? Verdammt. Das macht wahrscheinlich zu viert richtig Bock, wenn du hier in der Mitte stehst, versuchst einfach mal, diesen Punkt zu halten. Glaube ich auch. Den haben wir. Alter, warum hält denn der Killamberwater so viel aus? Ach, verdammt. Ich habe keine Munition mehr. Oh, verdammt. Ha, Sniper, wa? Ja, aber wie habe ich das leerge... Nein! Ich kann nicht sagen, ich treffe sehr ungern mit einer Raketenwerfer daneben. Müssen sie mich rumrennen mit euren Munitionen suchen? Das ist nicht so meine... Oh, was ist denn hier? Ach, da unten sind doch wirklich viele. Ah, komm, wir fliehen uns. Bam! Oh, tausend Feinden durch Explosionsschaden. Ah ja, fast erreicht. Diese Feldraten sind verdammt widerstandsfähig. Oh, ich sterbe gleich. Ja, an der Feld... Na, kann. Bist du die Feldraten, die hier nur... Ich bin oben. Und der ist noch gar nicht. Aber das ist meine Fähigkeit. Na! Ich würde dich ja... Alter! Ich kann dich nicht wieder übernehmen. Weil... Toll. Wo respawnst du denn, du? Ah, ich sehe schon. Nee, okay. Musst du jetzt außerhalb? Ich muss jetzt den Rest alleine machen, oder was? Das schafft er ja niemals. Ja, bin ich. Hallo? Na, geil. Ja, ich hätte dich ja... Das ist toll doof, weil ich runterkatapultiert. Alter, kannst du nicht mehr zu mir kommen, willst du mir damit sagen? Nö. Na, dann tue ich ihn jetzt hier auf die Vorlotte. Ja, das ist dann doof. Ja, ja. Probier's. Ja, das hier alleine zu machen, das ist ja... Ja, gib mir die Munition aus, als hätte ich das hier schaffen. Ich bin jetzt ja noch erste... Erste Runde. Oh. So. Ich hoffe mal, dass die Goulders ja in einer Ausraste sind, dass die Goulders hier umbringen. Wo kann ich hier obje... Nee, natürlich nicht. Cool, die machen sich wirklich gegenseitig Platz. Ja, zapp. Die Rads sind Goulders. Die da auch. Ach, cool. Ey, es gibt zu viel Goulders. Oh, es wird richtig Spaß machen, ja? Boah. 2000er-Schild. Uiuiui. Interessant. Aber ich muss sie ja trotzdem irgendwie sterben lassen, weil... Wo ist denn das... Ähm... Das Problem irgendwie an meinem Goliath war, dass der eine da vom Bett ist, war und der andere nicht. Oh. Hm. Du bist jetzt da oben, kannst du ja zugucken, oder was? Ja, ich bin jetzt immer nach oben gefahren. Guck mal gucken, ob weit hier ist, ja. Na toll. Aber komm hier nie durch, nee. Aber du kannst zugucken. Aber du kannst mir mit dem Slyper helfen, oder? Na gut, dann geht's ja nach halb. Hier, sie sterben. Oh, fuck. Jetzt mal Goliath. Komm. Ach, der ist resistent. Scheiße. Aber egal, der ist am Ausrasten. Sehr gut. Das ist auch ein Goliath. Der macht da sicherlich den Angriff. Ja. Ah, passt perfekt. Wenn die Goliaths gegeneinander immer kämpfen, dann ist das natürlich alles sehr viel einfacher für mich. Oh, ein Bett ist normale. Oh, das wird so mein Tod sein. Ja, ist es auch. Ein Romanenpolterer? Nein, keine Chance. Ich glaube, ich komme hier nicht nochmal hoch. Oder? Na toll, jetzt hat mir der normalen Folterer noch den Rücken zugedreht. Das ist natürlich sehr unpraktisch. Ja, das Vieh da vorne zählt auch. Ja, da ist irgendwie wirklich hinterher. Hinter mir her? Äh, hat immer noch der... Oh man, wie viel Schaden das. Alter, das Säure-Zeug, das... Oh, das schritt der hinter mir her? Hat das nicht super bad, dass er es nach Goliath? Ja, warte. Und, wie viel? Ja, kriege ich. Oh, der hat gerade ein mega geiles Sniper fallen lassen. Ernsthaft? Ja, 500 hat irgendwas Schaden. Also 583, um genau zu sein. So, ist das der letzte da hinten, der normale? Na gut, den schaffe ich. Wenn du dem... Wenn du dem noch im Vorfeld lagst... Ich hoffe, es ist schade, ist das natürlich auch nicht so der Hammer. Nein, ey. Das ist so eine Geniale, in denen ich mich immer froh habe. Das hätte ich gehabt, mit den komischen Tücken, die der verfolgt hat, auch machen sollen. Jo. So, jetzt kommt noch die letzte... Jetzt kommt noch die letzte Welle. Ah, viele Nomadis. Keine großen. Hm, scheiße. Aber vielen Gegner verdient immer den Überblick. Oh. Oh. Ja, warte mal. Boah, dieser Sche... Ah, warte mal hier, kommt ein guter Sommer wieder zum Überrasch. Okay, gut, alles klar. Hast du, ja? Ja, naja, die Typen, die die Axt werfen, die machen ganz schön viel Schaden. Ja, die lassen immer sofort dein Schild da unten gehen. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie ich die totkriege. Ich will dich nicht hauen. Ich möchte eigentlich... Wo stehen die denn bei Sam? Da. Das ist drei. Ich schieße sie auf dich. Einer da... Einer daun. Und dann... Nadel in mein Haus. Habe ich an... Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ist halt in vier, Alter. Treffen nicht. Ich weiß, mal in der Zeit kann ich einfach Munition holen gehen. Ich habe die Striper wohl nicht mehr. Wir machen doch den Runde auf 0,9. Ja, ja. Die Leute kriegeln, oder? Hoff ich. Wenn das hier wirklich die letzte Runde ist... Da muss ich nur noch einen einzigen erschießen. War leider nicht der Letzte, kommt doch wer hier, oder? Scheiße. Aber es jetzt hält sich ganz gut da unten rein. Aber ich verbringe auch viel Zeit damit feige rum zu rennen. Die ersten Gegner habe ich ja voll gegeneinander ausgespielt, da habe ich ja immer die Goliaths. Die haben erstmal die Hälfte von den Gegnern totgehauen. So, da war ein bisschen ein Goliath. Das eine Problem war, dass da eine so ein Goliaths, der war wie Badass, der war halt nicht so leicht tot zu kriegen. Ich will gerade daran, ich habe auch ein Nova-Schild, das neue. Ähm, ja, der innen ist jetzt hier ein bisschen sauer, aber... Geil, weil... Hm? Wie soll er denn? Äh, aber der hat doch nie... der muss ja schießen, bevor... Na toll, jetzt ist er noch ein Rase an Goliath. Wenn der Goliath keinen hat, dann greift er... Oh nein. Warte mal, vielleicht greift er seinen Goliath-Grupp an. Ja! Ach wie schön. Warte mal, eh müssen wir ein bisschen schwächen. Oh. Oh, das ist ein super Badass-Golath, das könnte ein Problem sein. Ja, warte. Warte mal. Gut. Gleich hast du es? Wer liegt denn hier noch? Na scheiße. Ein Badass-Psycho, na geil. Gibt es hier irgendwo noch... Oh Mann. Noch ein Badass-Psycho und da hinten ist eine Labor-Rate. Oh fuck. Oh oh. Warum regen die rieche nicht grad so krass? Ach so! Ich habe ja extra einen Perk genommen, dass ich mehr Lebensmittel regen die rieche, wenn ich... Okay. Wenn ich jemanden hochnehme, aber... Ich habe bloß ein Problem. Und wieder rennen. Wenn ich jetzt noch Granaten hätte... Oh Gott, da ist ja ein Stack dazu. Den hast du mal angeschossen, wa? Da sind ja beide an der Baxis natürlich... Nein, 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 nicht gut, nicht gut. Gehen die Bremse. Ja, da unten kann ich dir nicht helfen. Ja, okay, ich spring... Ich gehe oben auf die Platten rauf. Kein Problem. Drei Mann sind das noch. Ja, das ist wohl... Weil ich hier am Boden liege, ist glaube ich vorbei. Jo. Ich schieße halt immer ein bisschen mit dem Magazin. Ja. Pass auf! Scheiße. Fuck, 80. Kommt, sagt er. Ja. Hier schüttelt, hier schüttelt, hier schüttelt, schüttelt. Nein. Ist gut. Ne, ich guck das. Huh. Ach, die Labora, da liegt ja auch noch. Naja. Haben wir es ja so halb. Nein, 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 nicht in Soffan, nicht in Soffan, nicht gut. Nein. Nein, das ist jetzt sehr schlecht. Warte mal, vielleicht den Badass-Psycho? Das wäre jetzt echt ärgerlich. Komm! Oh doch, das schaff' ich. Das schaff' ich, das schaff' ich. Da hinten, renn' nicht weg, du dummer Psycho! Und? Na, ich steh' noch. Nein! Boah, jetzt hau' ich die hässliche Laborratte um! Warte mal, der Psycho hat nur, hat gar nichts mehr. Was? Nein! Du hast ihn erschossen! Warte, warte, die Laborratte hätte er gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr helfen, ich hab ihn nicht mehr. Ja, mein größtes Problem ist, dass dieses komisches Vieh, was ich hier grad erschieße, die Laborratte die Haut von mir ab. Uh! Nein, das... Ja, irgendwann tief fällt auf mich, glaub' ich. Ja, sind eure Gegner aufgetaucht. Ernsthaft? Ja, war noch nicht vorbei. Aber es sind, es sind nur kleinere Gegner. Aber ich leider vermuten muss, dass das nicht die letzten waren. Und noch ne Laborratte. Äh, ist jetzt die zweite Runde, wa? Nee, das ist die dritte. Zwei von drei haben wir ja schon überlebt. Alter, das ist jetzt die Final-Runde hier. Äh... Sehr schön. Sehr schön. So. Ey, bitte kurz vorm Level. Bist du ja da? Sieht da ja nicht gut aus mit dir. Was? Ich hab' eben grad gesehen, wenn der Impffleisch runtergangen ist. Jaja. Fett. Ah, Mann, ey, diese... Diese Ratten sind das Schlimmste, weil... Die kannst du im Kämpfe um deinen Leben-Modus ganz schlecht killen, weil die umherspringen wie die Wahnsinnigen. Du hast uns überlegen. Ohoah. So, okay, das haben wir. So, da kann ich mir jetzt ja mal das Sniper angucken, was ich ehrenhaft im Kampf gerade errungen habe. So, ich glaub' die nächste Welle davon schaff' ich aber nicht. So, was haben wir denn hier? Also, ein Slack-Sniper, 583 Schaden, Slack-Sniper 79%, Genauigkeit 96%, Magazin-Größe 9. Versuch das extra Elementarschaden, Magazin 9. Oh, nein. Ist eigentlich bis auf eine Feuerrate... Da kann ich ja dein Alptid haben, wa? Jo, kannst du. Das hat ja kein Slack-Sniper, sondern so ein Säurer, aber... Hat doch noch einen Nachvorteil, den ich grad sehe, oder? Warte mal. Ja, es ist eine E-Tech-Waffe. Glaube ich zumindest, also... Ich behaupte ja immer noch, dass das E-Tech-Waffen sind, die Instant-Treffen, wo du dich mit... Du hast über die Hälfte des Blablabla... Schön. Ja, ich nehm' mal die Quest an, mach's aber nicht. Die ist zwar auch für Level 24, aber ich hab' Zweifel gesagt, dass du das... Hm. Der Innen macht da 623 schon an. Was? Sniper. Okay. Reiß den Schurken den Arsch auf, ah! Aber es kann sonst nix, oder? Hm, hm. So. Oh, tausender Schild, aber was? Große Kapsel verringert die... Ah, ja. Was kann das denn hier? Hat zwar mehr Schild, lädt doch schneller, aber ein bisschen später und macht... viel weniger... Hm, hm, hm. Ich bleibe bei meinem jetzigen. Man kann nie zu schwer bewaffnet sein. Na gut, äh... Abendbrot. Abendbrot. Was hab' ich denn jetzt... Hab' ich denn jetzt alles verkauft? Nein, nicht den Achterbrot, den brauch' ich noch. Ach so. Na gut, dann, äh... Bis zum nächsten Mal. Abendbrot und so ist jetzt notwendig. Ich hab' ja...